Musik Werbung Hallo ihr Lieben, ich bin heute unterwegs mit meiner Baby Annabelle und ich nehme euch mit. Oh Annabelle, ich will kurz gucken, ich pittere dich mal. Trink mal was. Wir machen mal. Oh ja, ich will. Oh, das ist schön. Das gibt es dir jetzt wieder. Ava, kommst du bitte? Wir müssen einkaufen gehen. Mama, soll ich so laufen? Entschuldigung, mein Schatz. Wir müssen sie erst umziehen. Okay Annabelle, bevor wir gehen, brauchst du eine Windel. Ich bin bei deiner Windel. So. Du bist ja echt schick, Annabelle. Anschneiden könnt ihr auf jeden Fall nicht vergessen. So, deine Lüge beim Spielen zu. So Annabelle, jetzt können wir der Oma Bescheid sagen, dass wir kommen. Anna, willkommen. Ava, deine Annabelle ist ja wie ein richtiges Baby. Weißt du, wer sich auch oder so ein Baby zu Weihnachten freuen würde? Ja, meine Cousine. Jetzt schnall ich Annabelle an. So ist die Annabelle doch sicher unterwegs. Wir haben Ende. Ich und Annabelle hoffen, dass ihr Spaß hattet. Ihr Lieben, wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat. Lasst uns doch bitte einen Daumen runter. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, sodass ihr nichts mehr verpasst. Schaltet die. Danke an. Ding, ding. Dann bekommt ihr nämlich eine Benachrichtigung, wenn es neue Videos gibt. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.